Schwerer Verkehrsunfall Nur ein verdammter Mist Neuer Versuch nach Neustart Mein Modem wählt sich ein Ich hab eine Verbindung Das könnte es jetzt sein Ich doppelklicke Netscape Und tippe WWW ein Der Ladefalken regt sich kurz Doch Computer sagt nein Ich bin ein Tau Ich bin ein Tau Ich bin ein Tau Der Supertau Verdammt, ich kann nicht surfen Was mache ich verkehrt? Ich prüfe alle Kabel Doch Erfolg bleibt mir verwehrt Also rechtlich auf Verbindung Einstellungen gecheckt DNS Server vergessen Das ist der Tau-Effekt Ich bin ein Tau Ich bin ein Tau Ich bin ein Tau Der Supertau Ich bin ein Tau Ich bin ein Tau Ich bin ein Tau Ich bin ein Tau Der Supertau Ich bin ein Tau Da-da-da-da Da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da Ich bin ein Dau Ich bin ein Dau Ich bin ein Dau Der Supergau Ich bin ein Dau Ich bin ein Dau Ich bin ein Dau Der Supergau Ich bin ein Dau